Das Haus am Nützo-Platz zeigt die erste institutionelle Einzelausstellung des Berliner Malers Benny Wirz. Ich freue mich sehr, jetzt mal hier auch in Berlin eine etwas umfassendere Show zu haben, die tatsächlich auch ein bisschen erklärt, woher ich komme und vielleicht auch, wohin ich gehe. René Wirz ist in meinen Augen ein herausragender Maler, der für sich die Gattung des Stilllebens neu erfunden hat. Ich hoffe, dass bei Ihnen allen was bleibt. Vielen Dank.